Ja, grüßt euch, ich bin Martich Kopfnuss von Austrian Gamer TV und möchte euch heute das Resident Evil Kitchen Demo zeigen. Ein Spiel, auf was ich mich eigentlich schon besonders freue. Das Spiel wird komplett in VR zu spielen sein, aber auch in normal, also nicht so wie bei anderen Spiele, dass es nur ein kurzes Spieleerlebnis dazu gibt, sondern in voller Länge. Es sieht jetzt schon sehr eindrucksvoll alles aus. Man glaubt wirklich, sich in dieser Küche hier zu befinden. Dort liegt dein Körper, deine Kamera und jetzt werden wir das einmal starten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Meine Hände bewege ich mit dem Controller. Also wenn ich den Controller bewege, es fühlt sich wirklich so an. Ah, schmeiß mal um. Naja, das weiß ich selber nicht, was passiert ist, aber du könntest mir mal das da abschneiden. Komm, komm. Messer holen. Du schaust scheiße aus, Mann. Da durchschneiden. Das Messer, ja. Was die Lampe umkaut. Moment. Da hinten ist wer, Junge. Jetzt. Dreh dich um. Schneidest du sie mir durch? Au. Gut. Also es sieht richtig fantastisch aus. Das Kantenflimmern ist ein bisschen so Playstation 3 Grafik mäßig. Man hört es jetzt herumlaufen, das sehe ich aber nicht, das ist ein Messer, das kann ich nicht nehmen. Danke fürs Spielen, der Albtraum hat gerade erst begonnen. Der Albtraum geht weiter in Resident Evil 7. Ja, freue ich mich schon drauf, ich hoffe ich auch und wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Tschüss euch!